Servus, grüßt euch und hallo der DJ Nick heißt euch wieder ganz herzlich willkommen auf Kanal 4000 Transport Fieber 2 in Bayern steht an und mit dem Blick auf den Ingolstadter Hauptbahnhof haben wir uns das letzte Mal verabschiedet und genau in dieser Ausgabe geht es also wirklich darum diese Linie München Ingolstadt zu bauen auszubauen richtig ja zu entwerfen und schauen dass man da dann die ersten Leute hin und her coachieren fahren wie auch immer und jetzt schaue ich erst einmal weil ich gerade gesehen habe ganz wichtig zuerst einmal habe ich da einen Schleipfelder drin ja Bahnhofs gibt es natürlich nicht so und bevor wir loslegen das allererste was ich machen möchte ist diese Linie unsere Buslinie und die jetzt erst einmal bearbeiten dass da jetzt auch gleich mal die Leute zum Bahnhof fahren können und das bedeutet wir holen uns jetzt erst einmal die Ingolstädter Linie her Linie verwalten so und denn da machen wir auch wieder ein und aussteigen und da wäre es sogar clever wenn wir auch das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren also wir haben Mozartgasse dann Lerchenweg dann müsste man das machen wir dann okay gut dann machen wir es jetzt so also Haltestelle hinzufügen und jetzt schauen wir mal dann wäre nämlich besser wenn hier die Leute aussteigen oder da aussteigen eigentlich da aussteigen daher daher und dann geht es weiter daher genau mehr ist ja eigentlich nicht wunderbar und dann haben wir hier na so und dann haben wir hier also das war jetzt das erste das ist dann entladen und dann dann haben wir mal habe ich das jetzt richtig gemacht Terminals habe ich jetzt vollstatt gemacht jetzt moment aber ich habe doch den zuerst angeklickt oder bin ich jetzt 2 also was ist jetzt hier bei ach so ja weil er ja na ja verstehe ok weil er ja natürlich auf der rechten straßenseite fahrt das bedeutet bei 2 würde er ausladen und bei 1 na gut ok dann dann sind wir jetzt nicht päpstlicher wie der Papst ähm dann lassen wir es halt jetzt so als Athlet hier da müssen halt die Leute rüber gehen und dafür haben die Leute die ankommen von Bahn auf den kurzen Weg ich glaube so schlimm ist das jetzt nicht so dann haben wir mal das übrigens werden wir jetzt mal wieder Geschwindigkeit laufen lassen denn wir brauchen ja unsere Einnahmen und jetzt mal schauen was haben wir denn auf der Linie Ingolstadt da haben wir zwei Busse fahren ok da werden wir dann definitiv mehr Busse brauchen dessen bin ich mir eigentlich ganz sicher aber das kommt natürlich erst wenn die Linie dann läuft ok gut das war es jetzt so und jetzt werden wir die Gleise zu Ende legen und wir bauen das natürlich schauen wir mal zweigleisig aus das versteht sich von selbst und müssen jetzt mal schauen was nehmen wir hier für Gleis nehmen wir die man könnte ja auch zum Beispiel noch Ingolstadt Augsburg auch eine Linie machen ähm ich überlege Regensburg wäre dann das Weite dann würde ich tatsächlich sagen wir nehmen die zentralen Mittelgleise und lassen die anderen mal offen weil wir dann auch Möglichkeit haben also ein Gleis eventuell Donauwörth ein zweites Gleis vielleicht nach Augsburg ansonsten sehe ich hier unten ja nichts mehr was wir ansteuern wollen Ulm wird natürlich von Augsburg bedient das würde sonst keinen Sinn machen und Regensburg machen wir dann mit es geht ja dann weiter nach oben Nürnberg das ist mit denen zwei und rechts bauen wir dann für Regensburg und vielleicht sogar für Deckendorf bauen wir dann neue Gleise genau so läuft es also bleiben uns die beiden Mittelgleise die zwei die nehmen wir ok gut und das versuchen wir jetzt einmal mit einem Schwupf versuchen wir das jetzt durchzuziehen so wir schnappen jetzt die Gleise von hier die Fliegen hinauf nach hier 700.000 ja weil das ist eine ganz schöne Strecke aber so schaut es gut aus finde ich jetzt in dem sein ok wird gebaut so und ich denke sowieso dass wir im Moment erstmal nur ein Gleis brauchen wir bauen es natürlich dann zweigleisig aus aber im Moment würde das ja überhaupt gar keinen Sinn machen warum auch denn ja wohl es ist halt die Frage wenn wir dann zwei Züge haben könnten wir natürlich auch dabei mal ein Ausweichgleis bauen klar also das Doppelgleisig ist eigentlich schon für die Zukunft vorgesehen wenn wir dann wirklich irgendwann einmal unsere ICE Züge fahren haben dann macht es ja durchaus Sinn ansonsten würde ich jetzt sogar mal vorerst mit einem Ausweichgleis arbeiten ja so ja ok gut dann steht die Strecke steht und jetzt müssen wir mal schauen wir haben ähm überhaupt gar keinen Zugshop gell haben wir gar nicht wo sind denn eigentlich unsere Zugshops Augsburg haben wir einen in Augsburg gebaut ähm es ist halt die Frage ob wir da wieder in München hier links und rechts zwei bauen oder ob wir den sogar vielleicht in Ingolstadt bauen da bin ich mir aber ein bisschen unschlüssig also rechts den Platz brauchen wir aber hier zum Beispiel könnten wir eins herstellen probieren wir mal so Flugshop ja der wird da natürlich super her passen gell so direkt dann neben am Bahnhof ist das jetzt kreislich neben am Bahnhof also ich finde nicht ganz im Gegenteil mir gefällt es ich finde das ziemlich cool so bauen wir jetzt hier was hat das ach wie hat das so viel gekostet ja Wahnsinn 18.000 ja also ich finde das ziemlich lässig dann wären wir hier jetzt da kann man doch einzelne Bäume bauen oder genau ja ja ist doch schön geht mir gut gut dann bauen wir es sogar hier ähm nehmen wir die gleichen ein bisschen drehen damit es nicht zugleich ausschaut ja ja lasst mich jetzt einmal so am Weg können wir leider kein bauen gehen weil da so eine Tür ist leider kein Weg muss ich mal schauen ob ich da vielleicht noch ein paar Mods lade jetzt will ich es genau wissen gell das habt ihr euch jetzt auch gedacht ich wäre auch also irgendwie kriegen wir da schon ah da gibt es sogar Betonplatten das wüsste ich jetzt nicht na also kriegen wir schon den Weg hin so und dann äh weißt diesmal bin ich ganz genau aber auch das macht irgendwie Freude und wo haben wir da Büsche da haben wir Büsche so oder so na gut noch ein äh wenn schon so also schaut doch schon ganz schön aus wunderbar gut und dann schaut das schon so aus als würde es dazugehören da kommt natürlich nichts hin nein weil ein ordentlicher Eisenbaumbauer baut keine Bäume zwischen dem Bahnhof so oder alles klar schaut gut aus ja gut und vor lauter schönen bauen haben wir natürlich logischerweise nein hab ich nicht vergessen Schmarrn ähm unser Gleis brauchen wir noch das bauen wir jetzt ein bisschen länger her so oder damit dann die anderen zwei Gleise hier natürlich dann auch noch rein laufen können gut okay gut wobei ich jetzt gerade überlege ja das geht schon wenn wir ein Ausweichgleis bauen müsste man dann hier schon aufhören aber das macht nichts okay das ist jetzt noch nicht so interessant das kommt erst später wenn wir dann ich habe jetzt gerade an Signale gedacht wenn wir denn mal Signale setzen müssen am Bahnhof ähm zum rein und raus fahren wegen einem Doppelgleis also hier hätte man die Möglichkeit noch ein Gleis auszuscheren das kann man recht viel machen okay gut das sind so spätere Überlegungen im Moment bin ich zufrieden alles klar sehr schön und dann wären wir jetzt alle und dann wären wir jetzt alle wieso sind ja wieso sind ja da sind ja so viele Leute wo man die oder wollen die abgeholt werden die wollen abgeholt werden okay gut ja und dann bau halt mal die Straße da weiter ah das macht mir markiere ja der Windschiff kann man die Straße nicht gerad bauen ha ja na also geht doch so gut okay also ja übrigens habe ich mir natürlich jetzt ganz nebenbei lassen wir kurz mal schnell ein bisschen laufen habe ich mir Gedanken gemacht betreffend hier unseren Lebensmitteltransport denn wir wollen ja die Lebensmittel nach München transportieren das liegt irgendwie auf der Hand und zwar natürlich jetzt schon unglücklich dass ich den Bahnhof so blöd hingestellt habe weil ich habe etwas mit dem Gedanken gespielt vielleicht doch das Lebensmittel per Zug zu transportieren das würde aber bedeuten dass wir hier waagrecht einen Bahnhof herstellen müssten da kommen wir schon wieder die dicken fetten Züge an die ordentlich Geld abliefern Wahnsinn der bringt 500.000 passt das ist natürlich schon wahnsinnig viel Geld gell wie schaut es denn aus oh da sekt es ich habe es euch gesagt ich habe euch schon vorgewarnt das ist das Problem das wir jetzt haben wir bringen die 100% weg das heißt also wir haben wahrscheinlich etwas zu viel Waggons aber gut das werden wir noch weiter beobachten im Moment sind ist er noch voll der Zug wir schauen einmal ob er an der nächste voll ist gut ja also nochmal zurückkommend ich wollte hier eventuell eben waagrecht einen Bahnhof und dann vielleicht schauen dass wir hier irgendwie hier so über die Seen über die Isar drüber über den Starnberg und über den Ammersee man möge sich das nur vorstellen über den Starnberg oder über den Ammersee gehen ja irgendwelche Brücken drüber um dann hier anzuliefern und das Blöde ist in München müssen wir das die Nahrungsmittel tatsächlich hier abliefern jetzt schauen wir mal nochmal ähm da sieht man das hier dass wir dieses Gebiet hier hier muss irgendwo der Frachter stehen also könnte man hier unten runter und dann nach oben dann würde man sich das sparen mit dem LKW zu liefern oder halt eben das letzte Mal da oben rum das gefällt mir aber nicht so also da muss ich noch ein bisschen rumknobeln wie wir das am besten machen könnten hier müsste dann wahrscheinlich wenn wir es von da machen ähm hier ist ja die Straße also es ist alles tricky da muss man dann tierische Tunnel bauen und hm ist noch ein bisschen blöd oder die Möglichkeit den Bahnhof da herzustellen und dann das oben rum zu liefern das würde ein einziges Chaos hier entstehen auch nicht so gut oder mit der Straße was gar nicht könnten wir die Straße ja gut die könnten wir hier unten bauen und dann hier rüber dann Tunnel hier durch und hier oben eieiei also ist äh ja schwierig sagen wir es mal so schauen wir jetzt mal ganz kurz nochmal schnell die Höhemessungen an ja das ist natürlich hier grauenhaft gell hier also grauenhaft das ist schön aber ähm wie man das machen soll dass wir hier dann hier eine Straße bauen können um das hier anzuschließen eieiei was man hier auf Seehöhe also hier und dann hier Tunnel machen hier direkt unter dem Berg durch und dann vielleicht hier her also das muss man noch ein bisschen sacken lassen das Ganze Okay aber wir kümmern uns wieder um unsere um unsere Ingolstadt Geschichte Also da haben wir das Problem ihr seht es kurz einmal Pause ähm die Züge sind nicht mehr voll und das ist natürlich nix das kostet uns Geld und deswegen werden wir jetzt mal das müssen wir jetzt machen weil das ist wichtig nicht ersetzen ändern äh wir streichen da jetzt jeweils einen mal weg so da haben wir jetzt ein bisschen Geld verdient und dann hoffen wir mal dass sich das ein bisschen amortisiert ja ich weiß ja da gerät immer der Hahn also hm ja okay gut wenn wir es jetzt mal so sagen soll laufen und währenddessen machen wir jetzt weiter und machen jetzt unsere in nächster Anführungsstrichen unsere nächste S-Bahn-S-Bahn-S-Bahnlinie und die entwerfen wir jetzt erst einmal so also da haben jetzt hier die hellgrüne dann nehmen wir als nächstes mal jetzt hier dunkelgrün grün bleiben unsere S-Bahnen und zwar ist das dann die S2 von München nach Ingolstadt das ist eh eine wahnsinnige Meile so und da fügen wir jetzt die stationen hinzu und zwar haben wir einmal hier und einmal in goldstadt hier genau er ist es ja nicht okay und jetzt zug und jetzt ist die frage das wird jetzt teuer haben wir uns zu kassel da oben so also sprach und schon gibt es eine neue dem flying scotsman der ist für uns nicht relevant weil nicht bezahlbar jetzt ist er da oder wenn man noch mit drauf drücken ja da ist er kostet sechs millionen das haben wir ja gar nicht also da geht es schon los die kostet auch zwei millionen die kostet drei millionen die kostet 1,6 millionen kann 60 die kann aber 90 waren ganz klar es wird ganz logischerweise jetzt auf die badische hinauslaufen als andere können wir mittlerweile vergessen und strom haben wir noch korn und dann natürlich die donnerbüchsen klar also wenn sich die schon anbieten das heißt also wir haben jetzt hier zwei millionen und drei wegen das sind drei also fünf millionen brauche die haben wir noch gar nicht dann müssen wir noch warten hilft nichts weil anders wäre naja gut wir könnten jetzt einen naja wo wir haben zwei drei millionen ich hätte mir jetzt gleich aber da müssen uns ein bisschen gedulden weil das macht keinen sinn stattdessen würde ich sagen waren wir jetzt noch eine million kredit zurück nein wir zahlen alles zurück wir haben keine schulden mehr hervorragend lassen wir das programm da ein bisschen schneller laufen und machen uns ein paar ideen haben wir denn ja also hier haben wir ja schon angeschlossen klar weil ja die augsburger auch schon fahren müssen da auch der augsburger zug ist nicht mehr ganz voll wir bräuchten mehr einwohner aber was können wir gegen die emission tun im moment war nichts oder gut dann schauen wir uns erst einmal unser fahrequipment an ob irgendwo was aus ansteht und da müssen wir eigentlich unseren augsburger zug schon aus wechseln aber dafür haben wir auch kein geld im moment nur richtig rund läuft schon geld noch nicht da müssen wir noch ein bisschen warten das hilft alles nichts und schauen ob man vielleicht irgendwo noch also die busse sind vorher wie schaut man also verdienen tun alle mehr oder minder gut aber auch unser weizen liefen wirft nicht mehr so viel ab wie man sich das vorstellen möchte da müssten wir ja fast tatsächlich weil die ist halt schon wahnsinnig langsam es werden also mit die neue barische mit zwei anhängern vielleicht warten dann da 38 das ist auch noch nicht so viel es ist aber alles voll okay ja ist die frage gäbe man es richtig macht ist die frage machen wir zuerst das oder machen wir zuerst das also besser erst den zug aus bringt uns aber keine zusatzeinnahmen wahrscheinlich schon mehr geld aber keine zusatzeinnahmen wobei uns eine neue linie nach ingolstadt natürlich zusätzliche einnahmen bringen würde schreibt man jetzt noch mal zwischendrin ein bisschen auf schnell damit ein bisschen mehr geht und währenddessen schauen wir mal wie es mit unseren jungs hier ausschaut inwiefern die her aber die werden ja nicht einmal annähernd voll jetzt mittlerweile der bahnhof der haut raus was geht schauen wir mal da hat ja bringt gerade noch drei voll das ist das problem dann machen wir das jetzt noch mal anders indem wir tatsächlich äh lalala so da fahrzeuge verwalten wir nehmen denen jetzt noch mal einen weg es bringt uns geld so dann sollten die zumindestens voll voll fahren naja der bringt nicht einmal seine drei noch folge ja das ist das problem also man muss das war schon dass wir weniger nehmen gut gedacht und jetzt müsste man eigentlich fast nur weniger nehmen und da ist halt die frage ob es dann wiederum nicht einzug auch tut hause fürchte fast ja dass das was gescheiter ist unglücklicherweise können wir die nicht umsetzen die loks können wir nicht umsetzen wir können sie nur verkaufen und aber dann hätten wir auch unser geld als moment alles klar dann machen wir das jetzt so so machen wir das jetzt ich denke das ist vernünftiger also wir hängen die mit am fährt jetzt war leer na okay dann machen wir das kurz wir warten jetzt kurz bis der das abgeliefert wird ich denke so tun wir uns unserer kasse mehr gefallen weil da haben wir jetzt schon minus und das habe ich mir schon fast gedacht so jetzt werden wir er ist jetzt da moment das ist der sehr gute das ist der neue den werden wir jetzt verkaufen bringt uns richtig viel geld okay ach das war jetzt der verkehrte ja den wird jetzt gar nicht verkaufen okay aber gut wir haben den älteren verkauft und das macht jetzt durchaus sinn und den lassen wir jetzt mal nur noch mit drei fahren und schauen mal bis sie das wieder angesammelt hat sodala und auf einmal haben wir wieder gutes geld und dann werden wir jetzt als nächstes er ist ja schon schlecht oder kurz aufziehen okay er war ja schon schlecht gut nach so das war der der ist mittelmäßig 13 jahre da lassen wir den ein bisschen fahren okay dann schnappen uns den in augsburger dann werden wir den jetzt austauschen so gewählt das fahrzeug ändern nein und zwar gegen die badische und zwei donnerbüchsen es sind 34 und der fahrt ja so schnell das sollte eigentlich reichen so gut dann kann es weitergehen jetzt schauen wir mal und dann sollte der also locker die wenn da nur noch ein zug fährt entschuldigung dann sollte der das ja locker noch zusammenbringen ja und dann würde ich sagen wir haben es fast geschafft schauen wir mal ja wir sind eigentlich mit der folge am ende ja gut der bringt seine drei wagen voll alles klar dann werden wir das jetzt schon kurz verfolgen und dann werden wir in der nächsten folge dann unseren zug ingolstadt mit einem zug ausstatten das machen wir aber das nächste mal und ich habe mich gefreut ich habe mich gefreut dass ihr wieder dabei wart und dabei bleibt und bis zum nächsten mal sagt der dj nix schaut wieder rein danke bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal